Ganz zum Schluss nochmal ein Schlenker zurück machen und zwar zu den Landtagswahlen, die gerade waren. Die Koalitionsgespräche, sie haben noch gar nicht begonnen, es ist nicht klar, was passiert. Es ist aber klar, was der Wähler wollte. Der Wähler wollte einen Regierungswechsel und zwar Richtung Konservativ und bekommt jetzt höchstwahrscheinlich Gespräche zwischen CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht. Ist das die richtige Botschaft an den Wähler, bezugnehmend auf Bundestagswahl 2025? Wir haben den Wählerinnen und Wähler in Thüringen und in Sachsen, genauso wie jetzt in Brandenburg, immer gesagt, vor der Wahl und nach der Wahl nichts anderes. Es wird eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht geben. Die Wählerinnen und Wähler der AfD haben vor der Wahl gewusst, die Funktionäre im Übrigen auch, dass keine andere Partei, die CDU eingeschlossen, bereit ist, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten, und ich spreche jetzt als Parteivorsitzende CDU, wir arbeiten mit einer rechtsextremistischen Partei nicht zusammen. Ganz egal, wie viele Leute Sie wählen. Das ist so, und das müssen die Wählerinnen und Wähler wissen. Und ich sage es immer wieder, ich bin nicht bereit, die Seele der CDU zu verkaufen an Leute, die den Holocaust und den Nationalsozialismus relativieren. Und das ist vor der Wahl klar, das ist nach der Wahl klar, und das bleibt für alle Zeiten klar. Mit diesen Leuten nicht. Und das müssen sich die Wählerinnen und Wähler überlegen. Das ist ihre Entscheidung. Die Wähler entscheiden, so ist die Demokratie. Aber wir entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten, mit denen nicht. Die Leidenschaft nicht verkaufen gilt dann aber nicht bezüglich der Ukraine und Putin, wenn man bereit ist, mit dem Bündnis Sarawanknecht zu arbeiten, oder? Es wird in Thüringen und in Sachsen genauso wie später in Brandenburg nicht über den Weltfrieden entschieden und nicht über die Außenpolitik und nicht über die Sicherheitspolitik. Das sind Fragen, die wir in der Bundespolitik zu entscheiden haben. Hier geht es um landespolitische Themen. Es sind jetzt Abgeordnete in den Landtag gewählt worden für diese Gruppierung. Die werden jetzt sagen müssen, was sie wollen. Wir werden auch mit dieser Gruppierung hart ringen müssen. Aber wir müssen einfach sehen, dass es in beiden Ländern stabile Regierungen gibt. Da ist die CDU in der Verantwortung. Ich höre viel von draußen, was alles nicht geht. Aber in der Politik immer nur die Frage zu beantworten, was alles nicht geht, ist keine Politik. Wir müssen dafür sorgen, dass in diesen beiden Ländern stabile Regierungen entstehen können. Und deswegen werden Gespräche geführt. Aber es sind Gespräche von Sondierungen oder gar Koalitionsverhandlungen weit entfernt. Ich will gar nicht ausschließen, dass auch diese Gespräche nicht weiterführen. Dann wird die Lage kompliziert. Aber wir entziehen uns hier nicht unserer Verantwortung mit der glasklaren Botschaft. Auch an AfD und Linkspartei die Parteitagsbeschlüsse der CDU gelten. Und die sind kein Selbstzweck, sondern das ist unsere DNA als christlich-demokratische Union Deutschlands. Und ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort einen Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050. Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik? Dann war es zum Ende. Dankeschön. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon vernützliche Arbeit ein. Gleichzeitig will ich euch sagen, wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen. Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen. Der Bewegung zuspielen. Den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament. Das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Vielen Dank. Ihr seid wirklich sehr solidarisch.